Mein Name ist Markus Leechti, ich bin der Gründer von Strahlenmesstechnik und ich bin der Experte in der Schweiz für Geigerzähler, Radonmessgeräte und für Radioaktivität. Du bist auf der Suche nach einem guten Geigerzähler oder einem genauen Radonmessgerät und du bist auch der Meinung, dass man solche Messgeräte nicht irgendwo, sondern beim bestmöglichen Ansprechpartner kauft, dann bist du bei mir genau richtig. Denn seit über 25 Jahren befasse ich mich mit Radioaktivität und entsprechenden Messgeräten. Was bedeutet, dass du mit mir als Ansprechpartner die grösste mögliche Sicherheit hast? Wenn ich in Zukunft die Helfer sein darf im Bereich Radioaktivität und Radioaktivität messen, dann hast du 5 entscheidende Vorteile. Nämlich erstens, du kaufst bei dem unabhängigen Experten in der Schweiz im Bereich Radioaktivität und Radioaktivität messen. Zweitens, du hast bei mir eine 180-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Drittens, ich schenke dir zu jedem Geigerzähler einen Berufstrahler. Viertens, du hast mehr als die Helfer und Partner an deiner Seite. Fünftens, ich stehe in direktem Kontakt zu den Herstellern, bei denen ich einkaufe. Und wenn sich ein Problem ergeben sollte, dann habe ich immer sehr schnell eine Lösung für dich parat. Und Wenn euch weiter überrepren kaut, du hast das. Du bist ein Kammer, du hast die verschädete. D nova Darmast. Du hast den Hack nicht. Du hast den Alllaßen. Du bist nur noch so ihre Aufgabe. Und wenn du hast dich, oder Additionally, kannst duевичst auch erst Harbor이쿢 hatte – Untertitelung des ZDF, 2020